Ich schaue sehr gerne genau, was in so einem Kosmetikprodukt drin ist. Es gibt wahnsinnig viele Wirkstoffe auf dem Markt. Aber was nützen diese Wirkstoffe, wenn sie nur in sehr geringer Konzentration in so einem Produkt drin sind? Meiner Meinung nach überhaupt nichts. In diesem Moment, als ich als medizinische Kosmetikerin der Kosmetiksparte Cosmeceutical begegnet bin, war ich mega begeistert. Endlich konnte ich Wirkung erzielen, zielorientiert arbeiten und die Kundschaft wirklich happy machen. Was sind Cosmeceutical? Cosmeceutical ist ein Wort, das sich zusammensetzt aus Kosmetik und Medizin und an der Grenze zur Medizin arbeiten kann, weil das Produkt so hohe Konzentrationen drin hat, dass es wirklich wirken kann. Die Inhaltsstoffe in einem Kosmetiksparte müssen die Wirkung in Studien nachweisen. Was ich fantastisch finde. Weil so bist du als Kunde nämlich sicher, dass du auch wirklich das bekommst, das das Produkt verspricht. Ich mache meinen Beruf aus Leidenschaft. Und meine Mission ist, für dich liebe Kundschaft, die bestmögliche Variante rauszusuchen und die beste Qualität an Produkten anzubieten, dass du dein Hausziel erreichen kannst. Hier taas aus politischen Um alignere im K dois!? Wir werden hier niere Ernst loren, die fantastischeعم tet banlieue mit einer 500g flipped into. Die Last mal jeder Inhalte, ich freue,